Mario, ich habe deine Prinzessin! Halt's Maul, du Eidechse! Du! Ja, genau du! Was ist eigentlich dein scheiß Problem? Du blöde Schnäpfe! Wow, du bist böse! Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hast du es nicht langsam satt gefangen, um zu werden? Du blöde Schlampe! Das war aber ein wenig... Glaubst du, ich hab kein Leben? Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Ich als verdammter Klöntner? Soll ich kurz rauchen? Ich habe so viele verfickte Schildkröten getötet! Mann, wenn ich nur noch einen sehe! Gott, beschissene Viecher! Die tun doch bloß ihren Job! Warte nur, bis ich zu dir komme, du fettes Rindvieh! Du glaubst, ich bin fett? Das ist das letzte Mal! Das letzte scheißverdammte Mal, dass ich deinen scheiß Arsch rette! Wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst! Meine Eier! Und, äh, wann kämpfen? Wenn du unbedingt mit jemandem kämpfen willst, dann geh zu meinem scheißbehinderten Bruder! Ich bin den ganzen Rotz hier leid! Fuck! Okay, da oben kommen ein paar Klötze hin. Und hier bauen wir eine Grube hin. Da fällt er dann direkt rein. Und ich denke, dass wir hier eine Fragezeichenbox mit fünf Münzen drin hinmachen sollten. Klar soweit? Oh, hey! Wir sollten eine Röhre direkt hier hinbauen! Das würde... Wow, 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 wow! Hör zu! Ich bin hier der Level-Designer! Klar soweit? Oh, ja, Sir! Sorry, Sir! Hey, du! Wer, ich? Glaubst du, du bist clever? Hältst du mich etwa für lustig? Gedankt d'accord, du Arschkeks! Jesus Maria und Josef, warum so akro? Etwa wegen der Röhren? Die Röhren, die Gruben, die gottverdammten Bodenranken! Äh, ja, aber die Ranken helfen dir doch an sehr hohe Orte zu kommen. Es sollte erst gar keine gottbeschissenen hohe Orte geben! Hey, ich baue dir aber auch eine Menge Sachen, die dir helfen. Äh, zum Beispiel die Pilze oder... oder die Pfeilbrühe. Oh, ja, danke! Ja, das ist eine echte Bereicherung, bei der ich meinen beschissenen Schädel an so einen verkackten Stein knallen muss! Nur, um an einen der verfickten Pilze zu kommen, der nach Hundepisse schmeckt und mich nicht mal high macht! Äh, ja, aber wo sollen die denn sonst hin? Lass sie halt auf dem Scheißboden! Ist das so schwer, du schwanzlutschende Fickbratze! Äh, o-o-o-okay, aber was ist mit den Münzen? Ich meine, ich lass hier einen Haufen Knete rumliegen, nur für dich! Statt mir diese beschissene Münzen hinzuwerfen, könntest du auch einfach einen verkackten Wormat bauen! Alter, was willst du denn von mir? Hör auf! Ich weiß nicht, was sich daran aufgeht, mein Leben zu einer beschissenen Hölle zu machen! Aber, wenn ich nur noch über eine Grube springen muss, eine Röhre herunterrutschen muss, oder eine einzige, gottverdammte, Ranke hochklettern muss, werde ich dir persönlich den Kopf abhacken und dir meine scheiß Ladung in den Hals feuern! Kapisch? Äh, 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 ja, Mann! Gut! Danke, ihr Lucha, dass ihr meine verkackten Spiele spielt! Du abgefuckte, gottverdammte Hure! Von wegen, gottbeschissene Periode! Du willst bloß nicht ficken! Und das ist mir scheißegal! Denn wenn du auf deinen Klin liegst, werde ich ihn dir in deine Fresse rammen und meine Scheiße in dir entladen! Ah! Welches Arschloch! Oh! Hallo, wie saß er? Oh, hey, äh, Mario, alles fit? Hey, Mario, alles klar. Äh, hör zu, wir haben Beschwerden von einem anonymen Anrufer bekommen und sind nur vorbeigekommen, um zu fragen, ob alles in Ordnung... Oh ja! Wir gucken doch gerade die Sopranos und haben die Lautstärke aufgedreht. Sorry! Oh, ne gute Serie, Mario! Gute Serie, Mario! Ja, die Sopranos sind cool! Alles klar, scheint alles in Ordnung zu sein. Sehen uns dann später, Mario! Vielen danke, dass ihr nach dem Rechten gesehen habt, der Jungser! Dieser elende Ohrensohn! Komm raus, du blauer Bastard! Willst du einen aufs Maul? Warum rufst du die verfickten Bullen? Das war bitte nötig! Wunder mich, dass die dich nicht eingebuchtet haben! Ich bin ja nur mal zu groß für dich! Einfach nur mal zu groß! Die einzige zu große Nummer, die ich sehe, ist Piazis Arsch! Geh dir nicht drüber, meine verkackte Schlampe! Sie hat ein Durchfallproblem! Das bumst mich einen Scheiß! Ich komm trotzdem rüber und fick ihr ins Gesicht! Komm doch rüber! Sicher, dass du das willst, Mann? Sicher, dass du bereit bist für blaue Wichse über den Titten deiner Braut? Kacke, wie ich das bin! Willst du dir das echt geben, Mann? Willst du endlich mal sehen, wie sich deine Braut beim Orgasmus anhört? Das höre ich jedes verfickte Mal von hier! Beweis es, wenn du dich traust! Komm doch her! Ich fick dich! Fick dich doch still! Walpstück, bin da! Ja, heilige Scheiße, so ein verwichster Tag! Mario, ich habe deine Prinzessin entführt! Waaaaaack! Beschissenes Echsenvieh! Dem dreht dich die Eier bunt! Yoshi, wir müssen... Oh, du elender Titten-Nuckler! Sieh dich nur an, du gottloses Miststück! Warum musst du auch jenen Scheiß-Fressen, der auf der Straße rumfliegt? Jetzt zwigst du mich, diese elende Bitschaleine zu retten! Mario, du musst uns helfen! Ich weiß, ich weiß! Hat die gottverdammte Prinzessin entführt! Und ihr seid zu Gehirn amputiert, um sie zu retten! Wow! Du musst nicht gleich so ausfällig werden! Lutsch meinen Schwanz! Äh! Du fetter Scheiß-Esel! Ich hoffe, du kriegst einen so großen Herz-Effekt, dass er deine ganze Scheiß-Familie ausrottet! Jetzt scheißt er auch noch auf meinen Rasen! Mario macht's ja weg! Stimmt's! Leck mich! Du wirst das wegmachen! Und zwar mit deiner Zunge! Weißt du was? Lass es einfach liegen! Wenn ich diese Hure nach Hause bringe, weiß sie ja, wohin sie sich vergriechen kann! Hey, Mario! Bowser hat die Prinzessin... Ich weiß! Du wirst das, was du sie sich vergriechen! Oh, das war's! ARD Text im Auftrag von Funk Gott verdammt, lass mich diesen Level in Ruhe alleine fertig machen! Der fickte Arsch, Clown! Fuck! Oh ja, Mann! Lauf unter mich, damit ich dir meine Schwänze reinstecken kann! Das sollen Schwänze sein? Ich dachte, das wären Stacheln! Oh nein, Mann! Das sind Schwänze! Hey! Habt ihr euch verlaufen, ihr kleinen weißen Schwuchtel? Oh ja! Es fühlt sich an wie Naschi-Zeit! Schieb ab, du kranker Ficker! Oh, ich bin ein kleiner, dreckiger Biederhund! Ich hasse diese Schlosslevel-Scheiße! Alles hier ist beschissen! Ich hab euch gesagt, verpick... Ihr Scheißer seid verfickt nutzlos! Alles, was ihr macht, ist mich zu verfolgen! Und wenn ich mich umdrehe, versteckt ihr euch wie ein Haufen Völkerfotzen! Ihr seid eine nervende, dumme Substanz! Und alle anderen sind Schwänze! Ihr solltet der Welt ein Gefeind tun und euch selbst umbringen! Schon wieder! Oh! Stopp! Ey! Es tut mir leid! Alles klar, es tut mir leid! Fick dir! Verpiss dich, du dreckiges, perverse Stück! Ich will deine Pipi in meinem Mund! Verfickt abartig! Hoi! Ihr habt mich also nur verarscht! Oh, ja! Komm schon, Marc! Steck dein Finger in meinen Po! Piss dich weg, du Vergewaltiger! Ich geb meinen Fick auf diese Schlosser! Ich will deine Schokolade essen, Dürr! Das ist krank! Lass mich dein geiler Wichscontainer sein! Komm zurück! Marc, versenk deine Zähne bei der Nussbutter!